Wie lange kennen Sie Dennis Franken schon? Seit ungefähr einem Jahr. Sie wissen von seinem Vorstrafenregister? Ja, klar. Die blöde Kuh hat uns verpfiffen, oder? Wen meinen Sie mit blöde Kuh? Wen wohl? Meine Mutter. Aber in zwei Monaten bin ich 18. Und dann kann sie mir gar nichts mehr. Hat Herr Franken Ihre Mutter geschlagen? Selbst schuld. Warum rennt sie auch zu den Bullen? Die Polizisten haben mir erzählt, dass du den Nachtclub überfahren hast. Zwingt dieser Dennis dich dazu! Mensch, Nicole, wach auf! Du kannst doch für so einen Versager dein Leben nicht wegwerfen! Dennis ist kein Versager! Er liebt mich und ich liebe ihn! Liebe? Was weißt du denn von Liebe? Du bist 17! Du hast dein gesamtes Leben noch vor dir! Ich besorg dir jetzt einen Anwand. Oh, halt einfach deine Klappe! Halt einfach deine blöde Klappe! Du verstehst es einfach nicht, oder? Ich hab keine Lust mehr, von einer Kirmes zur nächsten zu ziehen und mir deinen Wassagermüll reinzuziehen! Sie beruhigen sich jetzt mal, okay? Wir gehen jetzt nach Hause. Ich geh mit dir nirgendwo hin! Ich hasse dich! Hörst du? Ich hasse dich! Du kotzt mich total an! Lass mich einfach in Ruhe! Ich hab mich gemacht! Ahh auch. Ich war schふふ. Wie��을 sind? Auch, ich hab ihn oft. Ich habe ihn mir geschlossen.